In diesem Video geht es darum, den Golfschwung möglichst von Anfang an ganz einfach starten zu können. Denn der Start der Ausholbewegung ist ganz entscheidend dafür, wie dann auch das Ergebnis des Schlages aussieht. Und viele Golfer machen schon beim Start, beim Ausholen der Ausholbewegung gleich einen großen Fehler. Ganz häufig sieht man zum Beispiel, dass viele Golfer den Schläger direkt mit ganz viel Unterarmrotation nach innen nehmen. Der Schläger wird also zu flach ausgeholt. Und das passiert häufig allein aus dem Grund, weil sie immer wieder gesagt bekommen, sie müssten von innen an den Ball kommen. Und dann denken eben viele Golfer, naja, wenn ich von innen an den Ball schwingen soll, dann hole ich einfach flache aus. Und dann entsteht häufig eine viel zu starke Innenrotation. Die Schlagfläche, der Schlägerkopf wandert dabei viel zu weit nach hinten und häufig öffnet sich dann die Schlagfläche. Und wir müssen es natürlich verhindern, dass sich die Schlagfläche extrem öffnet oder auch nur leicht öffnet. Vor allem dann, wenn wir eher zum Slicen tendieren. Also die Schlagflächenkontrolle ist ein ganz wichtiges Thema im Golfschwung. Also viele Golfer nehmen den Schläger hier schon im ersten Teil viel zu flach weg, rotieren den Unterarm zu stark. Und dann kommen, wie gesagt, dann diese Folgefehler, dass sie von außen rankommen. Ein weiterer Fehler wäre auch, dass manche Leute dann viel zu früh die Arme nach vorne heben. Dass sie also mit den Armen in diese Richtung ausholen. Dann lösen sich die Arme zu stark vom Körper, was dann häufig dazu führt, dass die Schultern nicht weit genug aufgedreht sind. Und das führt dann auch wieder zu Folgefehlern, dass man zum Beispiel von außen an den Ball kommt. Ganz entscheidend ist diese Position, wenn der Schaft parallel zum Boden ist, müssen wir es schaffen, dass die Schlagfläche entweder so wie jetzt, 12 Uhr in Richtung 12 Uhr zeigt. Also die Spitze nach oben oder der Schläger, wie gesagt, so steht wie die Wirbelsäule. Entscheidend dabei, das ist, dass wir uns quasi eine Verbindung vorstellen zwischen dem linken Handrücken und der Schlagfläche. Denn darüber können wir uns ein Gefühl aufbauen, wie die Schlagfläche dann am Ende steht. Wenn ich viel zu stark rotiere und mein Handrücken der linken Hand zeigt zum Himmel, ist der Schläger weit geöffnet und vermutlich auch zu flach. Wenn der Handrücken zu sehr zum Ziel zeigt, dann steht der Schläger zu weit vorne. Wir müssen uns also wirklich vorstellen, diese Verbindung linker Handrücken und Schlägerkopf und immer wieder diese Position checken. Man sieht ganz häufig auf den Driving Ranges auf der PGA Tour, dass viele Spieler genau diese Position einnehmen und kurz überprüfen. Und das wäre auch die Idee, die ich dir ans Herz lege, dass du immer wieder mal, wenn du dich an den Ball stellst, hinstellst und einfach nur bis hierhin ausholst und ganz kurz überprüfst, wie steht die Schlagfläche. Wenn du, wie gesagt, eher zum Slicen tendierst, dann sollte der Schläger vielleicht so stehen, leicht schräg, wie die Wirbelsäule ist. Und wenn du kein Slicer bist, dann kann die Schlagfläche durchaus auch so nach oben zeigen. Und wenn du dich dann hingestellt hast, ein paar Mal diese Position ausprobiert hast, dann sollte die Position auch genauso im Durchschwung sein. Das heißt also, wenn ich aushole, zeigt die Schlagfläche jetzt Richtung 12 Uhr und wenn ich durchschwinge und der Schläger ist parallel zum Boden, dann sollte die Schlagfläche dementsprechend auch Richtung 12 Uhr zeigen. Das heißt, die Position beim Ausholen sieht genauso aus, ist spiegelbildlich zu der Position dann im Durchschwung, wenn der Schaft parallel zum Boden ist. Und wenn wir das ein paar Mal geübt haben und ich würde da auch empfehlen, das einfach ein paar Mal auszuprobieren, gerne dabei auf die Schlagfläche schauen. Also ich muss jetzt nicht auf den Ball dabei gucken, sondern ich kann durchaus den Kopf mitdrehen. Ich schaue jetzt auf die Schlagfläche, ich schaue jetzt auf die Schlagfläche und achte einfach darauf, dass das Schulterarmdreieck stabil ist und ich mich wirklich da rein denke, dass der linke Handrücken und die Schlagfläche quasi eine Einheit bilden. Und wenn ich ein paar Probeschwünge gemacht habe, wo ich dann auf die Schlagfläche geschaut habe, dann ist es durchaus auch hilfreich, wenn wir den Ball erstmal auftiehen. Und es geht jetzt nicht darum, den Ball hunderte Meter weit zu schlagen, sondern erstmal langsam anzufangen. Denn was ganz hilfreich ist eben, dass man Herr der Lage ist, dass man also immer die Bewegung kontrolliert und das schaffen wir am einfachsten, wenn wir ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und jetzt auch nicht gleich mit dem Dreiber anfangen, sondern so wie ich jetzt hier mit dem Eisen 9. Wenn ich also ein paar Probeschwünge gemacht habe und die Schlagfläche kontrolliert habe, das Gefühl bekommen habe, dass mein linker Handrücken und die Schlagfläche eine Einheit sind, dann stelle ich mich an den Ball und versuche jetzt auch einfach nur so einen 30 Meter Schlag, 30, 40 Meter Schlag auszuführen. Kontrolliere noch einmal vorher, ob das passt, hole aus, schauen wir das Ganze an und dann schlagen wir den ersten Ball. Und auch hier ganz wichtig im Durchschwung, man sollte dann hier stehen bleiben in dieser Position. Also ich schlage nicht den Ball und löse diese Position sofort auf, sondern ich stelle mich hin, schwinge durch, bleibe ein paar Sekunden in der Position stehen und schaue ganz bewusst, ob die Schlagfläche auch tatsächlich kontrolliert ist. Mit dieser Übung bin ich mir sicher, dass du eine Schlagflächenkontrolle hinbekommst, wenn du das nur oft genug übst. Und wenn du an deinem Golfschwung arbeitest und genau dies trainierst, dann film dich doch einfach dabei, denn nur wenn man sich selber filmt und die Fehler dann auch analysiert bekommt, ist es ein ganz transparentes Training. Und wenn du Interesse hast, dann filme dich und schick uns dein Video und du bekommst von uns eine kostenlose Schwunganalyse. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat, wenn dem so ist, dann gib dem Video einfach einen Daumen nach oben und über jeden Abonnenten freuen wir uns natürlich auch. Viel Spaß beim Trainieren.